Ich habe einen verdächtigen Mann mit dem Handy, der den Konvoi beobachtet, over. Wenn Sie glauben, dass er Truppenbewegungen meldet, haben Sie grünes Licht. Ihre Entscheidung, over. Womöglich ruft er nur seine Alte an. Er ist aus dem Blickfeld. Sekunde, hier ist eine Frau mit einem Kind, 200 Meter von mir, bewegt sich Richtung Konvoi. Sie bewegt die Arme nicht, sie trägt irgendwas. Ja, sie hat eine Granate, eine russische AKG-Granate. Sie gibt sie dem Kind. Sie sagen eine Frau und ein Kind. Sehen Sie das? Können Sie bestätigen? Negativ. Ihre Entscheidung. Die grillen dich, wenn du falsch liegst. Die grillen dich, wenn du falsch liegst. Sie sehen Sie auf dem Stück weit. Das Klee das Klee des 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 Heils. Vielen Dank.